Heute schon wieder ein Auswärtsspiel, schon wieder Flutlicht und der WSV hat eine breite Brust. Fünf Spiele ungeschlagen. Letzten Freitag 2 zu 1 gewonnen beim SV Rödinghausen und heute gibt es in der Startformation eine Veränderung. Dennis Malura ist zurück nach seiner Gelbsperre. Er hatte ja die fünfte gelbe Karte gesehen. Dafür ist Gino Windmüller wieder auf der Bank. Außerdem freuen wir uns, dass zwei wieder zum Team dazugehören. Daniel Grebe und Silvio Pagano. Das sind hier die Highlights vom Spiel aus dem Sportpark Nord in Bonn. Bonner SC gegen den WSV. Konner Strang 3 zu 1. Applaus 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 Der WSV gewinnt 1 zu 0 hier beim Bonner SC. Können wir sagen, unter dem Titel Arbeitssieg wird dieses Spiel eingeordnet? Ja, definitiv. Wir haben in der Halbzeit schon gesagt, dass es brutal schwer hier wird. Und dann haben wir in der Halbzeit gesagt, oder der Trainer vielmehr, derjenige, der hier das erste Tor schießt hat super Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. So ist es dann am Ende auch gekommen und so 1-0-Siege sind schon immer die schönsten Siege. Ein Tor geschossen, keins bekommen. Kann man gut mitlegen, glaube ich. Jetzt das siebte Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Wie zufrieden bist du insgesamt mit der Performance des WSV heute? Ja, ich denke, wir haben vor allem kämpferisch heute eine Menge reingeworfen. Dass wir hier mit schönen Spielen nicht gewinnen, das war uns im Vornherein auch bewusst. Deswegen denke ich, man kann uns kämpferisch nichts vorwerfen. Wir haben heute spielerisch wahrscheinlich nicht unser bestes Spiel gemacht, aber im Endeffekt gibt es auch für einen super rausgespielten Sieg auch nur drei Punkte. Und die nehmen wir jetzt gerne mit ins Tal und können wir entspannt ans Wochenende gehen und Dienstag gegen Düsseldorf nachlegen. Weil nur dann ist der Sieg auch hier wieder was wert. Hand aufs Herz, was hat dein Puls gemacht in der Schlussphase mit Mann und Maus verteidigt? Er hätte nochmal gefährlich durchrutschen können und im Prinzip auch ein 1-1 draus werden können am Ende. Ja, klar kann es, aber ich hatte auch letzte Woche in Rödinghausen nie das Gefühl, dass es wirklich gefährlich ist. Klar kann immer mal hin da durchgehen, aber wir stehen hinten momentan so gut. Wir haben auch das Matchblicks momentan auf unserer Seite und deswegen, klar der Druck wird höher, aber ich war eigentlich nicht sicher, dass wir das Ding nach Hause fahren. Und Dienstag geht es schon weiter gegen Fortuna Düsseldorf 2. Thjord Muppa, vielen Dank. Danke auch. Der Siegtorschütze ist bei uns Christoph Verkramer, der WSV gewinnt 1-0. Erstmal Glückwunsch zu diesem Sieg. Es gibt Spiele, Christoph, sieht man dich in allen Szenen oder in jeder zweiten Szene. Heute hat man lange nichts von dir gesehen, bis du so richtig zugeschlagen hast. War das Tor Gold wert heute von dir? Ja, ich denke mal schon, wenn man das 1-0 macht und 1-0 gewinnt, ist es mit Sicherheit Gold wert. Ja, es war für den Stürmer heute ein schwieriges Spiel. Ich habe versucht der Mannschaft zu helfen, indem ich einfach jeden Abwehrspieler aggressiv angelaufen bin, die versucht dadurch zu Ballverluste zu zwingen, dass wir in den Ballbesitz kommen. Und dann habe ich es eben geschafft in der zweiten Halbzeit, mich einmal richtig frei zu laufen vorne vom Tor und dann gleich reingemacht. Du hast einen Glücksbringer-Tape. Kannst du vielleicht ganz kurz mal in die Kamera halten. Das hast du immer dabei. Hat es heute besonders viel Glück geworden? Ja, es bringt jedes Mal Glück. Das ist mir sehr wichtig, das Tape. Da sind die Initialen meiner Familie drauf. Und heute haben wir wieder gesehen, das hat Glück gebracht. Es war ein ganz, ganz großes Stück Arbeit heute. Wie anstrengend war diese Partie? Ja, besonders in so einem Spiel ist natürlich klar, dass es anstrengend ist, wenn man viel anlaufen muss. Bonn hat es auch zweikampfmäßig gut gemacht. Sie sind sehr aggressiv gewesen. Klar, dass es dann etwas anstrengender wird. Und wenn jetzt jemand überlegt, Christopher Kramer und der Bonner SC, da war doch was im letzten Auswärtsspiel. 4 zu 1 gewonnen von dir. Ein sehr ansehnlicher Treffer aus der Distanz. Das war das 4 zu 1. Aber ich glaube, das 1 zu 0 war heute schon wichtiger als dieser Treffer. Aber du guckst wahrscheinlich gern zurück auf diesen Treffer. Ja, mit Sicherheit war es viel wichtiger. Der Antreffer war natürlich sehr schön. Ich habe es sogar mit dem gleichen Schuh gemacht. Ich habe den lange geschont. Ich habe gedacht, heute muss ich ihn wieder rausholen. Und es war zwar nicht mit dem Fuß, aber es hat wieder mit dem Tor geklappt. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Es geht weiter. Englische Woche. Dienstag schon gegen Fortuna 2. Anschließend Kahn-Marienborn. Zwei Heimspiele. Was erwartet uns jetzt? Ja, am Dienstag eine zweite Mannschaft. Da weiß man immer, die versuchen viele spielerisch zu lösen. Das sind noch viele junge, unerfahrene Spieler. Und da müssen wir denen einfach den Männerfußball aufzwingen. Euch erstmal ein schönes Wochenende. Genießt es. Christopher Kramer, vielen Dank. Danke auch. Danke.